Alter! Oh Gott! Oh nein! Alter! Junge, was ist das für ein TNT, Mann! Moin Leute! Herzlich willkommen zu der neuen Folge von Palutten Tested Mods auf seine ganz eigene Weise. Leute, wir haben eine neue TNT-Mod. In der Vergangenheit haben wir ja schon das ein oder andere TNT gezündet. Nein, Mietz! Mietz, lauf! Du kannst doch nicht hier stehen bleiben! Mietz! Bitte! Mietz, lauf! Ich schiebe dich! Mietz? Oh, Mietz? Das war allerdings meistens die Lucky TNT-Mod. Wir haben aber jetzt die Mega TNTs-Mod. Die fängt hier an bei Tier 1. Dann gibt es noch Tier 2, 3, 4 und noch so völlig Kranke. Wenn ihr Bock habt, dass wir alle TNTs testen, dann lasst super gerne ein Like da. Wir starten hier erstmal mit Tier 1. Ah, fünffaches TNT! Du Verrückte, sprengst du unser Dorf in die Luft? Ja, ich werde euer Dorf heute in die Luft sprengen. Ja, kann ich schon mal anfangen zu laufen. So, ich brauche aber erst ein Feuerzeug. Ich meine, ganz ehrlich, das kennen wir. Fünffaches TNT. Ey, muck mal nicht. Das machen wir... Was ist denn hier? Boss-TNT? Warum wird das da oben eingeblendet? Ja, warte. Guten Tag, Sir. Schön. Oh, du hast endlich einen Job. Guck mal hier. Du hast auch fünffaches TNT. Oh! Das ist ja instant in die Luft geflogen. Er lebt noch. Aber er hat seinen Job verloren. Mann, das da oben nervt. Wie kriege ich das weg? 20-faches? Ja, warte. Wir kriegen... Ja, ich packe hier 20-faches. Oh. Falsche. Bam! Ah, unter Wasser ist er sicher. Oh, nee. Der ertrinkt! Villager! Villager, wo bist du? Oh, nein. Er ist ertrunken. Naja. Passiert halt. Also, es tut mir wirklich leid, dass da oben die ganze Zeit Boss-TNT eingeblendet ist. Ich weiß nicht, wie ich das verhindern kann. So, direkt das Nächste. Mining TNT. Wir ballern hier schön los. Oh ja, das wird bestimmt richtig schön nach unten graben. Naja, aber das müssen wir vielleicht hier... Wo können wir das am besten machen? Oh, ein kleines Villager-Kind. Oh, es tut mir leid. Ich wollte dich nicht wegklatschen. Ich will mal kurz was ausprobieren. Was passiert? Oh. Als ob. Wir sind hier... Guck mal, das geht hier gar nicht so tief runter. Ja, warte mal. Ich will mich ja richtig runtergraben. Ist die ganze Insel hier hohl? Guck mal hier. Brudi, guck mal. Ja, warte. Ja, dann ist hier direkt schon wieder Wasser. Junge, was ist das für eine kranke Insel? Krass, diese Höhle. Ey, ich muss sagen, also... Diese neue Minecraft-Welten-Generierung ist schon geil. Schwimmen wir durch die Höhle. Und dann kommen wir... Batz, beim Meer wieder raus. Junge, ich lieb's. Das Dorf ist generell echt cool. Falls übrigens jemand weiß, wie ich diese Boss-Bars dahin wegbekomme... Clear... Oh. Ja, ich hab mein Inventar gekleert. Dann sag mir gerne mal Bescheid. Oh, hundertfaches TNT schon. Moin, Jungs! Hallo! Hau ab, du komische. Wie, ich soll euch in Ruhe lassen, Elb? Bamm! Ha, 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 ha. Alter. Oh, jetzt kommt... Warte, hier kommt eine dicke fette Welle. Oder auch nicht. Was hast du wieder gemacht? Oh. Du komische. Wie, was hab ich gemacht? Ja, ich hab ein TNT gezündet. Hast du ein Problem? Ich zünge noch eins. Bamm! Bamm! Oh! Ich find's irgendwie geil. Aber auch ein bisschen ungewohnt, dass das TNT immer direkt zündet. Normalerweise macht's jetzt... Und dann... Bamm! Aber hier ist es instant. Oh, ich glaub, wir müssen uns mal ein neues Dorf suchen. Wir können noch mal hier... Halifax-Bombe. Ja, warte. Ich mach das bei dir auf dem Dach. Kommt die Halifax-Bombe. Oh, das... Wo ist denn dein Papa? Ich hab doch hier grad noch einen erwachsenen Villager gesehen. Ich will doch jetzt hier keine Kinder wegsprengen. Oh nein, ich bin gestolpert. Ah, da war sein Vater. Aber ich glaub, da vorne ist grad sein Kind. Ähm... Ja, gut. War jetzt ganz nett, aber... Auch nicht so spektakulär. Wir gehen mal in die Wüste. Wunderschön. Oh, auch wieder schick hier. Ich hab jetzt hier... Tunnel-TNT. Ja, ich mach euch... Ihr werdet richtige... Tunnelraten. Langweilig. War jetzt nicht so krass. Cubic-TNT? Ja, sorry, Jungs. Ist ein bisschen... Oh, Alter, diese Wasserwand. Ist ein bisschen blöd gelaufen. Old-TNT. Was ist denn Old-TNT? Tut mir leid. Hä, das wär mega komisch. Aber das sieht strange aus. Ja, ich glaub, ich hab hier... Oh, nee, da lebt noch jemand. Guten Tag, Sir. The cool TNT. Erkennen Sie the cool TNT? Na ja, so cool war das jetzt auch nicht. Dann lass uns jetzt in die Savanne. Oh, oh, ich stecke im Boden. Ich stecke im Boden. Warte. Bin wieder da. Hallo. Guten Tag. Was? Aufpassen. Sie sind also der Aufpasser hier. Ja, ich bin der... Ich bin der Paluten, der Zerstörer. Ich hab hier einen Bunker-Buster. Oh Gott. Moin. Oh. Junge, was geht denn jetzt? Warum gab's hier nochmal fette Explosions? Sieht schon geil aus. Warte mal. Oh, guck mal. Mit F1 können wir es viel mehr genießen. Wie gesagt, falls jemand weiß, wie ich dieses Boss-TNT da wegmachen kann, dann sag gerne Bescheid. Oh, es wird schon langsam Nacht. Ich geh... Alter, das sieht so krass aus. Wie auch der Golem einfach von oben kam. Äh, warte. Ich brauch ein Bett. Und dann nochmal die beiden Endermans weggeklatscht hat. Sag mal, warum habt ihr denn keine Betten? Was ist denn los bei euch? Da. Das sieht doch aus, als wäre hier drin ein Bett. Nee, es ist einfach eine Schmiede. Oh, hier vorne brennt es. Das ist jetzt ausnahmsweise aber nicht meine Schuld. Raus aus meinem Bett. Hallo. Ey. Ach, guten Morgen. So, hier kann man noch schön was wegsprengen. Mit Mr. Als ob. Das ist ja geil. Warum ist er Mr. Incredible? Abschuss in 3, 2, 1. Bam. Alter, Copyright. Oh, ein kleiner TNT-Regen. Warte, dafür brauchen wir aber ein neues Dorf. Wir gehen mal in die Taiga. Oh, guck mal, hier sind sogar Kürbisse. Ja, ist aber alles hier sehr verwinkelt. Moin, Jungs. Hallo. Bist du nicht der Verrückte? Ja, ja, genau. Ich bin Paluten. Ja. Der komische. Oh, hi. Warte mal. Da geht, da geht einiges. Warte. Ja, wie kriege ich das hin, dass ich... Ich würde gerne alle gleichzeitig zünden. Wisst ihr, was ich meine? Das schaffe ich nicht. Batz. Batz. Na, daneben. Nein. 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 Ja, also, da lebt noch jemand. Was hast du mit unserem Dorf gemacht? Ähm, was ich mit dem Dorf gemacht habe? Nö, ich habe halt, ich habe hier so ein TNT gezündet. Guck mal, hier gibt es aber auch noch den großen. Guck mal hier. Mal gucken, ob du das auch überlebst. Ne, hat er nicht. Oh, warte mal. Kann ich die nicht stapeln? Oh, oh, das wird, glaube ich, richtig nass. Ne, 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 ne. Warum bist du denn jetzt schon... Oh, Alter. Ich brauche ein neues Dorf. Warte. Wir werden jetzt richtig übertreiben. Also. Und zwar würde ich ganz gern... Ne, ich kann die nicht stapeln. Ja, okay, jetzt ist eh alles vorbei. Jetzt können wir alles... Oh. Alter. Aber krass, wie stabil das lief, ne. Ich habe jetzt das nächste... Water... Ah, Wasser-TMT. Ja, das ist tatsächlich sehr harmlos. Ist halt einfach ein bisschen Wasser. Passiert ja nichts. Ja, Lava könnte ein bisschen gefährlicher sein. Ja, machen wir ein bisschen Obsidian raus. Aber da passiert auch nicht, dass... Oh, obwohl die Lava könnte, wenn sie hier höher steigt. Ja, der Village... Brudi, ich würde laufen. Lauf doch, die Lava kommt. Kein Stress. Ne, ne. Alter, er ist der schlauste Typ der Welt. Genau. Er versteckt sich einfach da... Ne, bleib doch da drin. Vor... Was war... Du brennst. Ich weiß. Du musst dich löschen. Hilfe. Warte, ich zünde hier das TNT. Das ist das Einzige, was passiert ist? Mobb-Tier? Was ist denn jetzt ein Mobb-Tier? Junge, was bist du? Ah, ist das so ein... Bist du ein Gegner? Ich weiß nicht, was das sein soll. Oh, guck mal. Das ist einfach ein Ticken kleiner. Oh. Sorry. Chain Reaction? Ja, das probieren wir hier schön in der Wüste. Zuh. Kommt da noch was? War jetzt nicht so cool, oder? Ein Haus-TNT. Leute, ich baue hier nochmal ein Häuschen. Ja. Sehr gut, Paletto. Guck mal hier. Ich baue Häuser. Jetzt nicht nur im Real Life, sondern auch hier. Guck mal. Jeder kriegt ein Haus. Fühlt euch auch wie zu Hause. Zack. Guck mal. Der eine ist schon draufgeklettert. So. Miet- Miet-Party? Oh, da ist ein kleiner Schweinekopf drauf. Ähm. Was passiert? Es regnet Schweine. Oh, warte mal. Oh, Gott. Oh, nein. Alter. Junge, was ist das für ein TNT, Mann? Ich will das nicht aufsammeln. Warte, wir sprengen es weg. Tree TNT? TNT. Ja, kommt ein Baum. Ein Mini-Haus. Das ist doch nicht so klein. Das ist ein schickes Haus. Ein Baumhaus TNT. Was ist das denn für ein Baumhaus? Warte mal. Kann ich das auch wieder hier? Nee. Schade. Ich dachte, die zünden dann so übereinander. Ein ganz dünnes TNT. Oh, ja. Das ist tief nach unten gegangen. Ein ganz breites. Oh, ja. Warte. Oh, nein. Junge, wie doof das auch. Aber das würde jetzt noch eine Quere-Sprengung machen. Wetten? Oh, Mann. Das hat ja mega übertrieben, das TNT. Ich dachte, das macht nur so ein bisschen weg wie das Tiny TNT. Es hat aber fast alles weggesprengt. Ein toll. Oh, okay. Zünder. Das würde sich jetzt so richtig in den Boden reinfressen. Alter. Ja. Geiles Team. Leute, ich würde sagen, wir haben für heute genügend weggesprengt. Wenn es euch gefallen hat und ihr wollt, dass wir noch die ganzen anderen TNTs ausprobieren, denn da ist echt noch eine ordentliche Menge am Start, dann lasst super gerne ein Like da. Falls ihr einen kleinen Mini-Paluten haben wollt oder vielleicht was anderes, schaut gerne mal auf paluten.shop vorbei. Hier sind jetzt noch weitere Videos der Team-Paluten-Kanal. Hört euch gerne die neueste Folge vom Cod-Bruder-Podcast an. Der ist von mir und German Let's Play. Könnt ihr überall kostenlos anhören bei Spotify, Amazon. Ja, Leute, danke fürs Zusehen. Haut rein. Ciao, ciao.